Warum spielen wir eigentlich heute? Was ist neu? Also, ähm, es gab in der letzten Zeit viele Updates bei Liefel Company. Es gibt jetzt ein Auto, was man kaufen kann im Shop. Aha. Und das Auto bringt uns was, weil man auf diesem Planeten so gut Auto fahren kann? Oder fährt man damit in das Haus? Ich hab euch mal Einladung gesendet. Mhm. Kann ich damit einsteigen? Irgendwas auf den Lande gelegt. Okay, ich lade. Oh, Gott, ey. Was ist denn mit euch? Wir feiern. Wie geht das Spiel nochmal? Ich weiß halt gar nichts mehr. Ich auch. Ich erklär's, Manu jetzt erstmal das Geld. Ich hatte mich gerade ausversehen im Discord entnudelt. Sorry. Die Aufgabe in diesem Game ist Müll finden. Müll. Oh, Kaffee. Oh. Oh mein Gott, hast du nicht gesagt. Natürlich. Oh, ist eine Katze irgendwo? Warum einen Schlüssel? Wir müssen die Katze umfallen. Eine Katze. Oh, hier ist schon wieder zu. Ist ein Katzenbibu. Hallo. Oh, mein Gott. Die heißt sogar Baby. Ich glaube, sie haben eine Katze gefunden. Ja. Ja. Auch eine Katze? Ja. 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 Gut, dass die Katze vorgegangen ist. Richtig. Bringen wir die Katze noch erstmal zurück. Die krabbelt irgendwas. Die krabbelt was. Die krabbelt was. Ist nur eine Katze. Ich weiß nicht. Ah. Hilfe. Stirn. Ah. Ah. Was passiert, wenn ich mit der Katze im Morte? Ähm. Du hast in die Katze reingepustet. Was mache ich mit der Katze? Hilfe. Wo muss ich hin? Ja. Ja. Ah. Hi. Die wie lebt. Ich lebe. Die wie ist bei mir. Ich bin hier. Die lebt. Äh? Warst du nicht gerade drin? Hä? Ach nee. Warte mal. Die anderen beiden sind drin geblieben. Ich bin noch die ganze Zeit hier. Nein. Du warst gerade drin. Ich habe dich genau gesehen. Nein. Da. Ich bin hier. Nein. Du warst gerade drin. Du warst gerade drin. Du warst gerade drin. Nein. Du warst gerade drin. Du warst gerade drin. Ich war draußen am Schiff. Franzi, Dad. Lumenti noch da. Baso auch jetzt hier. Baso kommt jetzt rein. Hier bei den Katzen. Hallo. Sehr gut. Hi, me. Ich glaube übrigens, dass das nicht Jen ist. Was? Ich bin, ich bin Baso. Was? Und du zeigst auch so bedrohlich mit deinem Schlüssel auf uns. Was machst du mit der Katze? Oh mein Gott, Baso. Entschuldigung, Entschuldigung. Tim wird sterben. Hört doch auf, diese Sachen mit der Katze zu machen. Nein, ich kann nicht. Das ist so lustig. Oh Gott, das ist so sch... Sie mag das, Timmy. Sie mag das. Du kannst sie, Dad. Du kannst sie, Dad. Wollen wir einfach losfliegen? Tim, Dad. Wir können einfach losfliegen. Let's go. Wir sind alle dead, let's go. Es ist nur noch die Fake-Jen da. Wir haben 100% die richtige Jen dabei. Ja, ja, natürlich. Die richtige Jen, die auch witzigerweise die Camps kontrolliert. Und gesagt hat, dass alle tot sind. Genau. Wir können dann noch fliegen. Richtig. Haben wir überhaupt was gefunden? Wir haben eine Katze. Ja, eine Katze. Und du hast den Schlüssel. Wir sind alle an der Spinne gestorben. Hallo, der Spinnensport. Wir sind nicht, was wir vorhatten. Wir vier wollten gegen eine Spinne kämpfen. Wir sind alle gestorben und wir haben die Spinne... Nee. Oh, ich hab auch eine Katze. Ich würde euch gerne mal eine Spinne tönen eigentlich. Warte. Ja. Wollen wir erst mal raus? Davy. Ja, bitte? Willst du mal meine Gürkchen... Ja. ...angucken? Ja. Ja. Die sehen sehr saftig und fleischig aus. Ja. Und sehr glücklich, wie sie da zusammen im Glas sitzen. Ach ja, stimmt. Man kann ja erst gerne in den Flüssen. Haben wir jetzt was? Ja, Gürkchen. Ja, Gürkchen. Ja. Oh. Hä, jemand bestellt was? Eiswagen. Aber... Aber wir haben doch gar kein Geld. Wir hatten 18 Moneten. Oh nein, nicht, dass Baso Katzenfutter bestellt hat. Oh Gott, der hört sich an wie Darth Vader. Oh, was aufsucht das hier? Oh, was bedeutet das? Was bedeutet das? Oh, äh. Die Tür zu. Dalu? Wer ist denn alles noch da? Wo ist denn Dalu? Ist Dalu, ist Dalu... Judge? Dann, wir holen ihn einfach später ab. Ja, ja. Wir kommen nochmal zurück. Girls Trip. Scheiße auf die Männer. Ja. Ja. Das ist wie viel Psychose einfach. Ja. Vom Blätterfiebertraum, wirklich. Ich werde das Lied nie wieder hören können. Danke. Oh, ich liebe es. Äh, Achtung. Rechts ist ein Super-Roboter. Äh, ist der angeknettet? Oder ist das ein Porter? Das ist ein Porter, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Teleporter. Das könnte sein, ne? Sieht nicht mienig aus. Aber du kommst irgendwo in den Kompon. Ja, das wäre jetzt... Also, wir können es uns ja merken. Und dann, äh... Wo ist Franzi? Ja, aber wir haben nur noch einen Weg, ne? Oder? Ah, hey, Basel. Wir haben einen Teleporter oder so gefunden. Willst du ihn ausprobieren? Du hast noch nichts, ne? Ein Teleporter? Ja. Ja, zum Schiff zurück. Oh, Willi. Ja. Warum steht er hier einfach? Keine Ahnung. Da. Ich glaube, wir kommen aber nicht drauf, wegen dem Regal. Ja. Oh. Oh. Ja. Das ist nicht irgendwo. Das kann... Oh! Oh! Verdammt! 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 Meine Hände sind voll, ich muss zum Schiff. Tschüss. Lumi, ich weiß, was vorhin gekauft wurde. Guck mal, was wurde gekauft? Nein, gibt es wirklich Katzenfutter? Ja. What the fuck? Sie hat unser Geld für Katzenfutter ausgegeben. Wo ist eigentlich die Katze? Ich höre sie. Kinder, Hände weg von Energydrinks. Kinder, Hände weg von Energydrinks. Hallo. Hallo. Was hast du denn da? Den toten Körper von Darluk hat. Sein Kopf ist abgefallen. Ach so. Oh, ich dachte, der kann so nicht kämpfen. So komisch. Oh mein Gott, sein Kopf ist ja wirklich abgefallen. Ja, der ist einfach explodiert, Mann. Keine Ahnung, was da passiert ist. Darluk war mal wieder ein bisschen kopflos. Ja. Die, wie legt Darlukats toten Körper hin? Ähm, Bart. Bart? Ja. Guck mal, ich habe so einen Energydrink getrunken. Willst du mal was trinken? Äh, gefunden. Die, wie geht's? Die, wie geht's? Die, wie geht's? Die, wie geht's? Und jetzt die Beine. Komm, schenk. Oh, gut. Gib doch noch einen Schluck Bart. Ich bin eure Beine. Lea! 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 Ich nehme Bart. Wir müssen aufhören, alle Männer zu töten. Oh. Sag mal, Baso, möchtest du uns eigentlich irgendwas erzählen? Was denn? Hm, wir hatten irgendwie vorhin etwas mehr Geld und dann habe ich so ein Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding gehört. Oh. Davon weiß ich nichts. Ne? Okay. Na gut. Nein. Okay. Na gut. Na schön. Die ganze linke Seite ist einfach desiedelt. Wenn ich hier im Schiff jetzt irgendwo Katzenfutter finde. Okay, ist ganz... Zero... Haben wir genug? Hast du noch mal Glück gehabt? Oh ja, wir haben ja übel viel. Wir haben ja sauviel Kram. Pump in die Building. Pump in die Building. Oh die Building. Guck mal hier, Divi, das schenke ich dir. Einfach nur so, weil ich dich so mag und appreciate. Nee, das mag ich nicht. Wurde Fisch. Franzi, hier. Du kannst ja im Energy, hast du höheren Sprung. Du musst zweimal trinken, dann kannst du höher springen und dann kannst du hier das Jump'n'Run machen. Auf die Container. Stimmt das wirklich? Oder werde ich jetzt verarbeiten? Du trink mal einmal, dann siehst du ja, dann bekommst du zwar ein Damage, du bekommst einen Schaden. Jetzt hast du minimal mehr Ausdauer. Jetzt musst du noch mal trinken. Und dann kannst du hier hoch. Okay. Yoga Franzi. Oh nein. Meine Güte. Oh nein. Was ist das für die Menschen passiert, wenn man zu viel Energy trinkt? Oh, oh. Oh Mann. Ich hebe jetzt ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. 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 Das ist wirklich ein Zuggeräusch. Oh mein Gott. Heißt nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jaa zu hoch. Der haben eigentlich keinen Schaden, aber du hast ne Chance von 1 zu x, dass du One Hits. Also, ich hab schon Schande. Franzi? Ja? Wie hoch ist die Chance? Das weiß ich nicht, aber wir haben ja schon wen gekillt. Oh, die Musik wird immer lauter! Ich bin aber auch krass, einfach zu interessieren. Du hast Haut aus Stahl. Es dauert ein bisschen, bis wir zurück sind, ne? Ja. Waren wir nach oben hergekommen? Ich glaub unten. Was ist das da oben? Oh, Coilhead. Angucken, angucken, angucken. Einer muss immer angucken. Was ist das hinter uns? Da sind zwei, 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 zwei. Zwei Coilheads, zwei Coilheads. Okay, pass auf, chill, 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 chill. Pass auf, ihr müsst mir jetzt helfen. Wenn ich sterbe, bringt euch das auch um. Okay, warte, du guckst an, ich geh weiter nach hinten. Jetzt kommst du, Jen. Wir sind nicht gesprungen, glaub ich, oder? Nee, ihr seid nicht gesprungen. Ich guck an, ich guck an. Ach so, ach so, wir sind schon gesprungen. Du guckst, du guckst? Ich guck, ja. Da will ich halt in den Gang reinwenden, weil ich nur die Tür seh. Ich glaub, du musst nach rechts, ja. Bist du gegangen? Hä? Franzi? Ja. Wo bist du? Hier ist eine Tür, hier sind die anderen. Oh Gott. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh nein. Oh shit. Die sind auf, die sind aufs Rand zu jagen. Warte, es kommt... Nee, einer war auf unserer Reise. Okay, der kommt. Ey. Okay, der kommt. Was ist hinter uns? Nichts. Nichts? Oh, da ist ein dicker. Oh shit. 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 Dann git die nachschauen... Ich hatte Angst, dass im Schiff was ist, weil Baso auf einmal vorm Schiff lag. Ja, das ist eine andere Geschichte. Das sind Dinge passiert. Das ist eine andere Geschichte. Aber hey, das ist mein Kind. Wir müssen ein neues kaufen. Ja, er muss sich in den Steuerpositionen begeben und dann... Wie wehe, du sagst ihm das. Warte mal, ihr habt ein Auto gekauft? Nein, nein, nein. Also pass auf, wir müssen das ja auch irgendwie mal Darlokard heimzahlen, dass wir uns alle mal reinlegen. Das heißt, wir müssen Darlokard reinlegen. Schieß du, schieß du, schieß du. Ja, ja, ja. Haben wir noch genug Geld für ein Auto oder nächstes Mal? Gut, wir haben null Dollar. Du wirst zu gerne, was gerade passiert ist. Ah, Cruiser! Ich kann hier den Clip senden, aber ich weiß nicht, ob das so... Nein, wir sparen jetzt noch mal auf noch ein Auto. Die, wie du darfst es keinem erzählen. Nein, nein, wir hatten noch nie ein Auto. Das ist unser Geheimnis. Was ist der rote Knopf, Tim? Ejects, mach nicht, mach nicht. Stell dich mal vor. Ey, das startet nicht. Ey, du musst, du bist in Reverse. Also hast du keinen Fahrausweis? Guck mal, Park, Reverse. Du musst in Vorwärtsgang machen. Jesus Christ, Park. Oh, ähm, ich hasse aber Autofahrt. Wenn du eine Mod drauf hast... Warum ist das Auto explodiert? Wir hatten nie ein Auto. Von wem ist dieser Hammer hier? Da kann man mit zuschauen. Den hab ich geholt. Wie sicherlich. Und dann ein Auto queda bist.